Einmal im Jahr pilgert man zu Fuß oder mit dem Fahrrad auf den Brauchenberg im Mostviertel im Ipsitz. Und zwar nicht nur wegen der guten Luft, der Natur oder wegen dem schönen Ausblick über das weite Land, ein ganz bestimmtes musikalisches Treffen lockt die Besucher an. Alljährlich findet hier das Ipsitzer Jodler-Treffen statt. Und wo Sänger sind, da sind natürlich auch die Musikanten nicht weit. Zubi gesessen wird schnell, wo es was Gutes zu trinken und zu essen gibt. Und dass Musikanten ein lustiges Volk sind, das weiß man sowieso. Wer wäre jetzt? Ja! Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020